Der Begriff Kultur beschreibt deskriptiv und ohne Werten zu wollen die gesamte historisch spezifische Lebensweise eines kulturellen Kollektivs, Ethnie, im Unterschied zu anderen kulturellen Kollektiven, Ethnien. Die Zugehörigkeit zu einer ethnisch bestimmten Kultur wird durch die Abstammung gewährleistet. Auf einem anderen Wege ist eine Aufnahme in diese Kultur nicht möglich. Sämtliche Lebenspraxen dieses Kollektivs können sinnvoll aufeinander bezogen werden. Umgekehrt verweist jedes einzelne Element, zum Beispiel soziale, künstlerische oder ökonomische Handlungen, auf einen geregelten Gesamtzusammenhang. Die Mitglieder einer Kultur werden von ihr determiniert. Alle Verhaltensweisen inklusive der musikalisch-ästhetischen Praxen werden als kulturell bedingt interpretiert. Dabei überlagert das kollektive Bewusstsein die individuelle Identitätsentwicklung. Eine Kultur wird als homogenes und statisches Gebilde aufgefasst. Kulturen untereinander aber verhalten sich heterogen. Daher überlagern die Differenzen, die zwischen den Kulturen bestehen können, die Unterschiede zwischen den Mitgliedern ein und derselben Kultur. Kulturen werden nicht differenzierend, sondern vereinheitlichend beschrieben. Die Beobachtung beschränkt sich entweder auf scheinbar Typisches oder auf Besonderheiten, die im Anschluss verallgemeinert werden.